Ja, vielleicht ist es genau das Richtige für Sie. Das Rezept gibt es auf unserer Homepage gutenmorgen.uf.at und regelmäßig auch in der ORF Nachlese. Und wir begrüßen regelmäßig hier wunderbare musikalische Gäste. Heute darf ich eine ganz besondere Frau bei mir begrüßen, Nazani Agarkhani. Habe ich das richtig ausgesprochen? Wunderbar, wunderbar. Ich freue mich. So eine vielseitige Frau sind Sie. Dirigentin, Pianistin, Sängerin und das Ganze hier in Österreich lebend mit russisch-persischen Wurzeln. Also da kommen viele Sachen zusammen, oder? Wie kann man das alles ausleben? Aber wahrscheinlich ist es das gerade, oder? Ja, Moment einmal. Ich muss einmal zugeben, es ist für mich sehr früh. Sie sind sehr gewöhnt, ich nicht. Wie kann man es ausleben? Keine Ahnung. Ich würde sagen, Step by Step, Baby Steps, sehr langsam. Ich komponiere auch. Es ist ganz einfach. Ich bediene eigentlich zwei Felder, Musik und das Wort. Und das ist eigentlich ein Feld, das sehr, sehr gut ineinander greift, weil Wort ja auch Klang hat. Also es ist eigentlich gar nicht so komplex. Kann nicht sein, aber es hat früh begonnen, muss man sagen, oder? Na ja, ja. Klavierunterricht, im Kindesalter schon. Und das ist ja schon für Frauen, die am Dirigentenpult stehen, das ist schon eine Männerdomäne, oder? Ja, sagen wir es mal so, also heutzutage nicht mehr, Gott sei Dank. Also es haben viele Damen, die ich meine Urmütter nenne, den Weg bereitet. Okay. Und die Generation von mir und meinen Kolleginnen, wir sind sozusagen wirklich schon sehr, sehr viele. Und die, die nachkommen, unsere Studentinnen, ja, Studenten, das dritte Geschlecht, ich meine, es ist bunt, bunt, bunt. Super, super, super. Wobei, hier gab es schon etwas bahnbrechendes, wo es die Welt noch nicht so bunt ist oder war und auch nicht ist, nämlich, dass Sie als Frau im Iran ein Orchester dirigiert haben, ein Konzert dirigiert haben, als hochschwangere junge Frau. Als erste Frau in der Geschichte. Als erste Frau in der Geschichte. Wie haben Sie das geschafft oder wie ist das abgelaufen? Ehrlich gestanden, das war FüGung. Also ich hatte einen ersten Professor, Thomas Christian David, in Komposition, Partiturspiel, was man alles so machen muss, mit zwölf. Und er hat zu mir gesagt, ich mache dich zur ersten Frau, die im Iran dirigiert. Wirklich? Ja, tatsächlich ist er aber gestorben. Und dann haben wir nach zwölf Jahren durch eine FüGung, mein Vater war bei den Wahlen auf der Botschaft, hat er einen Komponisten und Dirigenten wiedererkannt, Loris Cechnavarian, dem ich sehr, sehr viel verdanke. Und sie sind ins Gespräch gekommen, mein Vater meinte, ich habe sowas wie Sie zu Hause als Tochter. Und so hat es sich ergeben, das war FüGung. Und wie war, welche Erfahrung war das? Ich meine, wenn man hier aus dieser aufgeklebten, sagen wir mal modernen Welt kommt, wo Sie auch aufgewachsen sind und dann dort als Frau eine Besonderheit ist, wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, das Interessante ist, ich bin dort wirklich mit größtem Respekt behandelt worden. Finde ich oft in Mitteleuropa gar nicht oder in Nordeuropa. Also wirklich, Sie haben mitbekommen, was ich am liebsten esse und trinke. Und das war jeden Morgen in meinem Büro auf dem Tisch, so diese Geschichten. Das Orchester, fein, 50-50, Männer, Frauen. Das, was mir persönlich wehgetan hat, ich habe irgendwie gedacht, in eine Heimat zurückzukehren. Und Sie haben nur zu mir gesagt, ah, du bist irgendwie Europäerin. Das heißt, diese Identitätsfrage war dann somit noch einmal geöffnet. Aber an sich, ich würde gerne, wenn es leicht ginge, regelmäßig runterfliegen. Aber das ist so leicht nicht, oder? Ja, ja, klar. Ich finde es wunderbar, schön, Sie kennenlernen zu dürfen. So eine ganz besondere Frau. Danke für die Einladung. Eine vielseitige Frau. Ich schaue Sie so gerne an. Ja, ich sehe aber auch. Schon seit Jahren. So lieb. Wir hören uns auch dann gleich Ihre aktuellen Songs an. Wir haben wunderschöne Videos. Da nehmen wir uns später noch Zeit. Und auch für Professor Norbert Norbert, der gleich bei uns ist, nach der ZIP und Margit Laufer. Bis später. Danke. Jetzt haben wir nur ein paar Sekunden. Ja, wir haben noch viele Themen. Wir gehen auch ins Autokino mit Ihnen, wenn Sie wollen. Freue ich mich. Bis gleich. Guten Morgen, Österreich. Ja, zum Nachkochen auf unserer Homepage und in der ORF nachlesen. Ich bin meinem Gast, eine unglaublich vielseitige österreichische Künstlerin mit russisch-persischen Wurzeln. Da habe ich jetzt auch gefragt, ob Sie das essen würde. Liebe Nasani Akakani, Blunzenschnitzel ist ja... Ich würde schon probieren. Ja, ich auch. Ich vertrage tatsächlich Schwein nicht so gut. Ich nehme an, es ist vom Schwein. Kann man von der Putte vielleicht auch machen. Rind habe ich dann noch ein bisschen lieber, muss ich ehrlich sagen. Aber Rindschnitzel mit Blunzenfüllung. Na gut, ich glaube, wir sollten über was anderes reden. Wobei, Sie sind sicher eine tolle Köchin auch, oder? Ich habe tatsächlich, weiß ich nicht. Ich habe mich so arg verbrannt im Jänner, dass ich es jetzt ein bisschen beiseite gelegt habe. Also ich übe mich à la Michelle Obama. Ich koche nicht. Okay. Ich habe zwei Kindern eine Sache. Aber ich habe tatsächlich vorgestern ganz frische Rhabarber-Erdbeermarmelade eingekocht und einen Holunderblütensaft angesetzt mit Limetzen. Nein, bitte, hören Sie auf, hören Sie auf. Einmal alle vier Monate, ja, sowas. Sehr schön. Auf die Hände muss man aber gut aufpassen in Ihrem Fall. Sie sind nicht nur wunderbare Pianistin, vor allem auch Dirigentin. Und da braucht man die Hände, da darf nichts passieren. Sind die versichert? Natürlich, ja. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, nein. Achso, na klar, aber ist ja alles gut gegangen. Ganz arm. Ja, ich meine, ich könnte schon mein Gesicht dirigieren. Das gang hat schon. Ja, müssen wir aber nicht darauf anlegen. Also ich benutze schon gerne meine Arme. Schön, schön. Ich finde das schon bewundernswert. Ich meine, man kennt eigentlich fast ausschließlich männliche Dirigenten, oder? Das ist schon, oder sind Frauen da irgendwie am Kommen, oder? Naja, ich sage es jetzt einmal so. Ich glaube, es happert, ich kenne immer das Nord-Süd-Gefälle. Ich habe lange in Skandinavien gelebt und ich glaube, es happert tatsächlich an der Kinderbetreuung. Weil wir haben ja das Privileg, Kinder kriegen zu dürfen und es sollte ein Natürliches sein, dass wir auch vollständig im Beruf aufgehen dürfen. Und da gibt es ein Nord-Süd-Gefälle und ich bitte darum, dass das einfach eine Normalität wird. Mama ist Arbeiten, ist um 19 Uhr zu Hause und alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Oder sie ist auf Geschäftsreise. Bei Dirigentinnen ist das eben der Fall. Wir reisen so viel. Genau, so ist es, ja. Gesellschaftskritische Töne, nicht nur in unserem Gespräch, auch in den vielen Liedern, die Sie schreiben, die Sie komponieren. Tageszeitung, interessanter Titel. Wir haben das Video dabei, Sie haben es uns mitgebracht und da geht es auch um das Thema häusliche Gewalt. Genau. Ich habe für mich ein neues Feld entdeckt, das Feld der Musikvideos. Also ich habe jetzt zwei produziert, Regie gemacht, alles selber geschrieben. Cool. Zu meinem neuen Album eben, Non Alive at Hotel Bristol, weil ich durfte ja nicht reisen als Dirigentin. Das Album gibt es jetzt digital. Und habe mich dann an einem Nachmittag im Hotel Bristol in Wien eingeschlossen mit einer ganz tollen Crew, mit ganz tollen Musikerinnen und einem tollen Filmteam. Und habe sozusagen dieses Album live aufgenommen und habe zwei Videos zu zwei Chansons gemacht. Und Tageszeitung ist tatsächlich ein Lied, das ich vor elf Jahren geschrieben habe, meinem damaligen Lebensgefährten. Und war eigentlich deswegen entstanden, weil er seine Tageszeitung so vergöttert hat und ich einfach etwas mehr von meinem damaligen Partner hätte haben wollen. So ist es entstanden. Aber in der Pandemie habe ich persönlich auch auf sehr viele Leute getroffen, die häuslicher Gewalt zunehmend ausgesetzt sind. Ich selber war auch Opfer häuslicher Gewalt vor vielen Jahren. Das ist meine Geschichte, die meine Beziehung zu meinem Sohn eben auch erklärt. Okay. Und ich bin sehr dankbar über dieses Video. Wir auch. Wir wollen das jetzt nicht den Leuten da draußen vorenthalten. Schauen Sie mal rein. Tageszeitung. Wir hören rein. Bei Wind und Wetter holst du mich dann rein. Streichelst, glättest, trocknest mich ganz fein. Schenkst mir Liebe und Aufmerksamkeit. Deine Tageszeitung, deine Tageszeitung möchte ich sein. Wunderschön. In der Steiermark zum Hotel Bristol kommen wir gleich noch. Das zeigen wir Ihnen natürlich auch noch. Was ist denn jetzt geplant? Ich meine, alle Künstler atmen wieder auf. Es geht wieder auf die Bühnen. Es geht wieder raus. Kann man Sie irgendwo sehen? Nicht so schnell. Ich nehme es tatsächlich etwas gemütlicher. Es wird Albumpräsentation geben. Also dieses Album, Na Na Live at Hotel Bristol Vienna, ist meine dritte Geburt sozusagen. Die möchte ich genießen. Super. Und das braucht tatsächlich viel Zeit und Energie. Nehmen Sie sich die Zeit. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Danke für die Einladung. Freue ich mich ganz besonders. Und die Bilder aus dem Hotel Bristol und dem Song, die sehen Sie jetzt noch bei uns. Wir sind nach der ZIP zurück. Wir freuen uns, ob Sie Corona-Update gibt es dann vom Professor Noroten.